Hallo zusammen, ich bin Marcel, das ist der BESART. Wir machen unsere Lehre bei der Schenkerstorren AG als Fachmann Betriebsunterhalt und wir zeigen euch heute unseren Arbeitsalltag. Kommt doch mit! Als Fachmann Betriebsunterhalt ist man für die Instandhaltung und Pflege der Gebäude zuständig. Dazu gehören Aufgaben wie Reinigung, Versorgung, Entsorgung, Reparatur und Grünpflege. Kurz gesagt, wir schauen, dass alles im und um das Gebäude pflegt ist und funktioniert. Für den Job soll man handwerklich begabt, körperlich fit, offen und freundlich sein. Unsere Kunden sind eigentlich die Mitarbeitenden der Schenkerstorren. Wir lernen so ganz viele neue Leute kennen und unterstützen sie bei den verschiedenen Problemen. Das macht mir mega Freude und ich merke genau, dass die Arbeit sehr geschätzt wird. Es gibt tagtäglich neue Herausforderungen zum Lösen. Das macht den Beruf mega spannend und abwechslungsreich. Unser Arbeitstag fällt bereits am Morgen um 7 Uhr an. Dafür können wir um 4 Uhr schon in den Feuernabend gehen. Bei Schenkerstorren kann ich schon viele Aufgaben selbstständig erledigen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich jederzeit auf meinen Lehrlingsbetreuer zugehen und wir finden zusammen eine Lösung. Das ganze Team ist mega hilfsbereit und wir begegnen uns alle auf Augenhöge. Was ich auch mega finde, ist, dass wir ein Salpax-Abo bekommen, eine Beteiligung als Fitness-Abo, 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr und eine 40-Stunden-Woche haben. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn wir euch ein Interesse geweckt haben, dann berühmt ihr doch bei uns. So, ich hoffe es hat euch gefallen.